Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Verankert in Gott, Siege. Leben Sie Ihr Leben, um Gott zu ehren und seien Sie sich selbst treu. Seien Sie frei davon, sich anderen beweisen zu müssen. Seien Sie frei, die Person zu sein, zu der Gott Sie berufen hat. Erfahren Sie außerdem, was ein Pukibuper ist. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller. Die beste Stunde im Fernsehen.